Wenn Sie die Schönheit lieben, das Kostbare schätzen, so verwöhnen Sie Ihr Haar mit den neuen Shampoos von Polykur. Wertvolle Pflegesubstanzen, auf jeden Haartyp abgestimmt, verleihen mild und schonend seidigen Glanz, sanfte Geschmeidigkeit. Reine Schönheitspflege für Ihr Haar, die neuen Shampoos von Polykur. Mein Joghurt hat ne Ecke, ne Ecke mit was drin, ne Knusper-Müsli-Mischung, denn knusprig-frisch ist in. Und diese Müsli-Ecke knick ich nach oben rum und rühre dann mein Joghurt. Immer knackig, immer knusprig, immer frisch. Die kleine Mahlzeit von Müller. Gut erdacht, stabil gemacht. Matchbox hat Lernspielzeug für alle Kinder, die noch nicht zur Schule gehen. Da kann man telefonieren wie Papa, hupen und klingeln und Frühsport machen, sich schminken wie Mama und musizieren. Matchbox. Viel Spaß steckt drin, wenn Matchbox draufsteht. Matchbox. Jetzt kommt das neue Ein Herz für Tiere. Anregend, aufregend, fröhlich und mitreißend. Das große, bunte Magazin für alle, die Tiere lieben und die Natur. Lesen Sie im April-Heft, wie gefährlich sind große Hunde. Erstaunlich, bei Kaninchen geht die Liebe durch die Nase. Ein Herz für Tiere. Jetzt noch mehr Seiten zum gleichen Preis. Es ist Zeit, die Zeit zu ändern. Jetzt erlebt Karies sein blaues Wunder. Kolgatigel, heilschwuppt die Waut, sich Karies zweckstrahlt blittenblau. Kolgatigel macht morgens frisch und abends schmeckt verführerisch. Kolgatigel, komm schnucki, putz, hol dir gesunden Karies-Schutz. Kolgatigel schmeckt jedes Mal grenzenlos, einfach genial. Kolgatigel mit Flur und Mineralien schützt vor Karies. Mit Vergnügen. Asbach-Uralt. Heute wie in alter Zeit ein Zeichen guter Gastlichkeit. Man sei dann und wann bei sich selbst zu Gast und genieße die Stunde ohne Lärm, ohne Hast. Für jeden der Gäste im festlichen Haus sei schon die Tafel ein Augenschmaus. Ein schöner Brauch. Man dankt für den Besuch mit einem Vers im Gästebuch. Es war schon immer so, was man im Zeichen guter Gastlichkeit beschert, das ist schon einen Asbach-Uralt wert. Im Asbach-Uralt ist der Geist des Weines. Hier ist der Geist des Weines. Das ist Pflege vom Ansatz bis in die Spitzen. GARD-Shampoos mit dem haarneutralen pH-Wert pflegen ihr Haar vom Ansatz bis zur Spitze. GARD gibt ihnen das gute Gefühl. Ich bin guter deutscher Bohnencafé. Und ich bin B&B. Ich bin voll Aroma, stark und würzig. Und ich bin fein wie Schnee. Ja, wir lieben uns deutscher Kaffee. Und Hollands B&B. Hilfe! Mit dem grünen Band der Sympathie. Wenn Sie jetzt Kredit brauchen, sich aber mit der ersten Rate Zeit lassen wollen, hat die Dresdner Bank ein neues Angebot. Den bequemen Kredit. Sie können also jetzt bei uns Kredit nehmen und mit der ersten Rate bis zu sechs Monate warten. Wenn Sie umziehen, renovieren, sich neu einrichten oder ein Auto kaufen wollen, bleibt Ihnen finanziell mehr Spielraum übrig. Zum Beispiel für den Sommerurlaub. Sie können bis zu 50.000 Mark bekommen. Schnell und unkompliziert. Auch wenn Sie noch nie bei uns waren. Kommen Sie doch einfach mal vorbei. Wir beraten Sie gern. Dresdner Bank. Mit dem grünen Band der Sympathie. Sie sehen empfehlenswert mit Ergebnissen der Stiftung Warentest. Schreibt die Zeit für Test. Wenn es um Tempo und Energiesparen in der Küche geht, sind Schnellkochtöpfe unerreicht. Ganz aktuell. Im Februar 85 testete die Stiftung Warentest 23 Modelle, wobei alle Schnellkochtöpfe von Fissler das Testqualitätsurteil gut erhielten. Beeindruckend die Sicherheit und Handlichkeit aller Fissler Schnellkochtöpfe. Zum Beispiel dieser typische Sicherheitsgriff, der ein Außerhandrutschen verhindert. Dann das Kochkrönchen. Sie stellen die gewünschte Garstufe ein, zum Beispiel die Schonstufe für alles Zarte wie Geflügel, die Schnellstufe für Deftiges und Eintöpfe. Und dann die Unimatik. Sie lässt beim Garbeginn den vitaminschädlichen Luftsauerstoff aus dem Topf und verschließt ihn danach. Automatisch. Handhabung und Sicherheit gut bei Fissler Schnellkochtöpfen. Kochen und Braten mit Fisslerprodukten ist in jedem Fall vorteilhaft. Für Ihre Küche und für Sie persönlich bedeutet das immer fit mit Fissler.